Ich würde ja so gerne mehr malen, aber ich finde in meinem Alltag einfach keine Zeit dazu. Könnte diese Aussage von dir sein? Gerade jetzt, draußen ist es kalt, ist die perfekte Zeit zu malen. Vielleicht denkst du dir jetzt, dafür bin ich nicht kreativ genug, deswegen brauche ich damit gar nicht erst anfangen. Oder du weißt nicht, was du malen sollst. Aber hab keine Angst davor und trau dich, es geht darum Spaß zu haben und etwas Neues zu schaffen. Und hey, wenn du denkst, du kannst nicht malen, dann lass uns das zusammen herausfinden. Schnüppere doch mal in einen meiner Malkurse rein und male zum Beispiel gemeinsam mit mir diesen kleinen Schneemann. Keine Sorge, du musst nicht viel Zeit dafür investieren. Eine Stunde, ein paar Pitzelstriche, voila. Du hast nicht nur einen neuen Ausgleich zum Alltag, sondern auch endlich mal wieder ein Bild gemalt. Und dir Zeit für deine Kreativität genommen. Schau gerne vorbei, den Link zum Malkurs findest du in den Kommentaren.